Aktivist Mann, Bodo Schiffmann Samuel Eckert in Bielefeld, Demo. ...aus dem Geschäft rausgedrängt, absichtlich, indem man ihnen nicht bezahlbare Versicherungen gibt und keiner kümmert sich um die Handeln und Ähnliches. Dieses Gesundheitswesen wird ausgehöhlt und in der tödlichsten Pandemie aller Zeiten haben die Krankenhäuser 10% stehen vor dem Konkurs. 440.000 Mitarbeiter im Gesundheitswesen sind in Kurzarbeit und die Abrechnungsstelle der Apotheken ist bankrott, weil wir in der tödlichsten Pandemie aller Zeiten keine Medikamente mehr brauchen. Nach herzlichen Glückwunsch für diese Recherche. Danke. Dann müssen wir alle zurück und wieder so verteilen, dass das auch für alle gut passt. ...Arme aufstrecken und noch einmal in Kreis drehen, solange ihr dabei seid.